und arbeite als Software-Entwickler. Seit einem Jahr bin ich mit der Entwicklung von ... ... fertig. Ich würde Ihnen gerne gleich vorstellen. Was ist eigentlich JEO? JEO ist Open Source JavaScript Bibliothek. Man nutzt JEO für die Entwicklung geografischer Web-Anwendungen. JEO ist auf Dojo Toolkit basiert. Wer keine Ahnung hat, was Dojo Toolkit ist, würde ich sagen, dass S3-JavaScript-API ist auch auf Dojo Toolkit basiert. Und JEO ist verfügbar unter sehr liberale Lizenzen. Es ist New BSD und akademische Free License. Also dieselben Lizenzen wie bei Dojo Toolkit. Man kann drei Besonderheiten für JEO unterscheiden. Erstens bietet JEO die Darstellung von Vektorobjekten auf Bitmap-Kacheln. So ist es wie mit anderen Open Source und kommerziellen Bibliotheken. Aber ehrlich gesagt ist die Unterstützung von Bitmap-Tiles noch nicht fertig. Aber es gibt schon was.